dass auf einmal kommen TikToker aus dem Boden geschossen und haben auf einmal von heute auf morgen, kein Mensch kennt ihr auf der Straße, sozusagen, was heißt kein Mensch, ihr wisst, was ich damit meine, ja? Also die Bekanntschaft auf der Straße steht in keiner Relation zu ihrer Bekanntschaft in TikTok und so weiter. Und auf einmal haben die von heute auf morgen so und so für tausend Klicks und so weiter und so fort. Und von diesen Leuten siehst du kein Wort gegen LGBT, kein Wort gegen diesen Schwachsinn hier, sondern wen greifen die an? Die Prediger. Das ist auf einmal ihre Hauptaufgabe. Guck mal, jahrelang haben die deutschen Medien versucht, mich mit dem IS in Verbindung zu bringen. Jahrelang. Warum? Guck mal, jetzt haben wir gerade vor, eine Plakatorganisation zu behaupten. Plakate in Deutschland, in vielen Großstädten, wo hunderttausende Menschen dran vorbeifahren, als Dawa zum Islam. Mit guten Sprüchen und guten Zeichen, wo die Leute sich über den Islam informieren können. Das habe ich angekündigt. Kurz danach machen diese Leute Video und versuchen mich mit dem IS in Verbindung zu bringen. Die Medien können das nicht mehr machen. Warum können die Medien das nicht mehr machen? Weil den IS interessiert kein Mensch mehr. Also was machen die? Die fangen an zu reden. Warum? Damit nicht so viele Leute auf die Idee kommen, das Projekt mit zu unterstützen. So wird hier gearbeitet. Und das ist etwas, liebe Geschwister, was man verstehen muss. Und dann macht einer eine Rede gestern, wo er ganz klar sagt, dass er für den Staatsschutz arbeitet. Ganz klar. Einer von diesen Super-Predigern, Tiktokern oder Influencern oder wie du es nennen magst. Jungs hat mit dem Staatsschutz gedroht, zu retten, das darf ich um Erlaubi. Staatsschutz und seine Mitarbeiter, ne? Wenn er nur wüsste, dass ich beim Staatsschutz noch viel, viel mehr arbeite, als er nur da irgendwie mit drin ist. Denn scheinbar. Nur um das kurz klarzustellen. Ich hatte beim letzten Livestream gesagt, dass ich beim Staatsschutz arbeite. Ja, ganz selten. Wenn mal jemand gebraucht wird, um Texte zu übersetzen. Das war es aber auch nur. Ich kenne mich da halt nur ein bisschen aus. Ich bin aber kein Staatsschutz-Mitarbeiter. Das ist, wie gesagt, die Sache, wie man versucht, den wahren Ruf kaputt zu machen. Und liebe Geschwister, das ist nichts Neues.